Heute startet wieder Angriff auf Khan. Der strenge, harte Kerl erobert die Stadt schnell. Schlagen wir einen Delle in seine Rüstung. Trefft Kahn. Karns Truppen sammeln sich für einen Job. Wir sollten ihn an uns reißen. Ok, da haben wir wieder das gleiche Problem. Wieso ist eigentlich Touchdown hier dabei? Belebe andere schneller wieder und erleide dabei weniger Schaden. Ich glaube einfach zu zweit kann man das nicht machen. Ich glaube zu zweit sind wir einfach nicht stark genug. Ein weiteres. Und jetzt werden wir den Freitag. Und jetzt kommt das Geruch. Jetzt kommt das Wort. Und das ist das jetzt folgende, was wir machen. Und dann kommt das schon los. vor ihm gerade. Wir müssen mindestens zu viert sein. Aber gut. Drei Tage hat man Zeit, um diesen Angriff kostet halt 21.000. Mann, das ist eine Zwickmühle hier. Könnte natürlich alles verkaufen, aber das bringt uns halbwegs viel, aber die Preise sind ziemlich schlecht. Ich würde sagen, wir warten einfach bis morgen. Machen die zwei Rappen, schauen, wie es morgen aussieht. Mein Tag Tag, vier. Tag, vier. Dann lose them and deliver that briefcase here. Roger. Tag, vier. And you're certain they're real detectives? Yes. Searching for bullet casings. Why? Word is out. We have quite a few hot guns. I'll talk to Baker. As expected, the Rock A.P.D. is now paying close attention. Ah, so what? We could use an insider. A fucking cop? No, a retired detective. You dirty? No, clean as a whistle. Connected, professional and seasoned. Sounds like a fun one, my dear. Yeah, he's a good man, but a man with expensive habits. Ah, a kink in the armor, eh? Oh, yes. All right, then you talk to him. Ja, das sieht doch schon wieder besser aus. 50.000. Zuerst mal. Hey, Baker. Hi, Baby. Da steckst du an, wie die Preise aussehen. Nicht wirklich gut. Müssen ein paar Mitglieder kaufen. 13.000. Nehmen wir. French Fry. French Fry. Können wir wenigstens zu viert in eine Mission rein? Angehackt. Tage bis Ablauf. Let's show these motherfuckers how we get down. Oh, jetzt steht da irgendwas in der Mission. Ich würde sagen, wir nehmen einfach alle mit. Wir können jeweils an zwei Missionen teilnehmen außer Baker. Von daher geht das dann auf. Und den Baker zurücklassen. Wait, noch mal kurz. Ne, das müssen wir einfach in zwei Tagen abschließen. Wir nehmen alle mit. Noch kurz schauen, wie die Waffen aussehen. Könnt ihr noch eine andere Waffe vertragen? 14.000. Müssen wir wohl machen. Wir haben einen fucking Stein dabei. Okay, wahrscheinlich um abzulenken. Aber das bringt ja auch nichts. Egal, wir lassen das mal und starten die Mission. Und hoffen auf das Beste. Die Karriere über Samtour und stützungen die Zecke vom Boden auf. Die Zecke lassen sich auch zu den Helfern werfen. Habe ich schon bemerkt. Sie sind in 敦werklichen Territory. Mach deinen Weg bevor sie zum Beispiel die Unterstützung haben. Sieht, wie sie eine relativ low Presence in der Region. Es sollte einfach sein. Der erste Schritt ist, deinen Weg in die Region. Ich lasse die Hau zu dir. Gott ist compensatet für etwas. Wir müssen uns in die Region gehen. Ich will immer noch die Baker gar nicht spielen. Weil ich Angst habe, ihn zu umzubringen durch meine Unfähigkeit. schnapp. Ich glaube Stealth wird man da einfach nicht viel machen können bei dieser Mission, das unglaublich schwieriger aussieht. Okay, vielleicht jetzt? Ich kann nicht Geld fallen lassen. Ich will es zumindest versuchen. Mhm. Kannste zumindest versuchen Odile. Mhm. Okay. 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 Ich könnte natürlich versuchen von dieser Seite anzugreifen, dann habe ich den Vorteil, dass von hinter mir niemand kommen kann. Ich kann mich sehr ehrlich sagen. Lock sprung! Well, the fuckheads are here. Show no mercy. The authorities will certainly be on their way now. Pick up the pace. It's all gonna work out! Damn! Fuck me up! That's it, huh? Motherfucker! Okay, that means that the police come. That's dope. Are they still there? Are they still there? Okay. Time to leave. Do not risk taking fire. The escape vehicle will be arriving shortly. Run your fucking asses off! Wow, do you see that? In case I get in trouble. The escape vehicle is at the extraction point. What is your location? Come in, Christ! Get bagging! As much as possible! Put loot inside. No problem! This is ours! We're gonna have to blast our- A nominal success. I hope it proves to be lucrative. Haben wir's geschafft? Sorry, dass ich jetzt etwas ruhiger war, aber... Treff kann ein Erfolg. Dann lief das wohl gut. Stufenaufstieg Bus. I know you either are, or you ain't. And I fucking am. Bestärkt Bakers Schaden. Die Kampagne beginnt mit zusätzlichen Soldaten. Sankt deine Kosten für Angriff und Verteidigung. Revierkrieg. Drei Tage Zeit. Eigentlich könnten wir das gleich weitermachen. Wir werden größer werden. Aber die anderen Crews sind nicht kleiner. Oh ja. Gut, jetzt bin ich zwar pleite fast, aber egal. Treff Kahn. Let's make it fucking count! Aber wieso sind die jetzt wieder nicht mehr verfügbar? Steht doch zsssssssss. Können die nicht zwei Missionen an einem Tag machen? Ich glaube, ich blick da noch nicht ganz durch. Eingehackt. Cracker hat Nazaras Aktentasche gefunden, wird aber gefangen und gefesselt. Die Crew kann für diese Mission nicht geändert werden. Das ist heist. Nicht vorgegeben die Crew? Ja, Boss. Ready, Cracker? Nein, ich bin nicht ready. Bitte lasst das. Nein, danke. Okay. Fuck. Fuck Fucking blue face gun get the gun Wo ist das Seil? Wow. Really? Ich hab das Seil nicht gesehen. Das war's. Ersthaft. Oh Mann. Okay, das ist wirklich hart. Wenn man einmal verkackt, ist die Mission gelaufen und man hat keine Ahnung, was damit gewesen wäre. Holy Shit. Gut. Das war jetzt richtig Fail. Ich hab das Seil absolut nicht gesehen. Ich dachte, ich müsste auf die Leute schießen, die mich beschießen. Oh Mann. Das ist hart. Na gut. Dann gibt's halt Feierabend für mich heute. Ich werde auf dich weg estable informieren. Wir waren auf die Bewegenden. Auf den Weg besser. Nein, ich darf mich nochangan. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020